Wenn du ein gut funktionierendes Unternehmen haben möchtest, das wirklich guten Umsatz macht, dann brauchst du die richtigen Mitarbeiter. Welche das sind und wie dir jetzt diese ABC-Analyse dabei helfen kann, das erfährst du in diesem Video. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von und mit der Münchner Psychologin. Mein Name ist Laura Klimetzky und gemeinsam mit meinem Team bereite ich Führungstrefte, Unternehmer und High-Performer wie dich dabei und sorge dafür, dass sie und ihre Teams wirklich gute Ergebnisse leisten. Und Hand aufs Herz, du kannst als Unternehmer nur erfolgreich sein, wenn dein Team auch wirklich mitzieht. Wie kannst du also jetzt die richtigen Mitarbeiter einstellen und was kann dabei schief gehen und inwiefern hilft dir da eine ABC-Analyse, das erfährst du jetzt. Was ist denn jetzt diese ABC-Analyse? Im Grunde genommen ist sie relativ easy und es gibt einen wirklich coolen Cartoon, der das einfach beschreibt. Stell dir vor, einen Mitarbeiter, der zieht den Kassen. Ein anderer Mitarbeiter, der hält so seine Hand am Kassen und schiebt so ein ganz kleines bisschen mit und der dritte Mitarbeiter, der sitzt in dem Kassen und macht ansonsten gar nichts. Das ist im Grunde genommen bildlich gesprochen die ABC-Analyse. Ein A-Mitarbeiter ist derjenige, der den Kassen zieht. Der zieht ihn auch notfalls aus dem Dreck. Ein B-Mitarbeiter ist jemand, der seine Hand am Kassen hat und der schon ein bisschen hilft, da mir jetzt auch nicht zu viel Gas gibt und zu viel Energie da reinsteckt. Und ein sogenannter C-Mitarbeiter ist derjenige, der mit vollem Gewicht in diesem Kassen sitzt und dabei eigentlich nur beschwert. Das Ganze also nicht einfacher, sondern schwerer macht, für dein Team den Kassen von A nach B bzw. aus dem Dreck zu ziehen. Gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, welche Eigenschaften eigentlich die ABC-Mitarbeiter haben, damit du sie schneller erkennen kannst, spätestens wenn sie bei dir im Bewährungsgespräch sitzen. Fangen wir mit dem A-Mitarbeiter an. Was macht einen sogenannten A-Mitarbeiter eigentlich aus? Ein A-Mitarbeiter ist unglaublich motiviert. Der ist auch emotional und das meine ich nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Der steckt die Leute an. Das ist eine Person, die ans Telefon geht und die eine geile Energie ausstrahlt. Das ist eine Person, die, wenn ein Kunde zu dir kommt, auch sagt, hey, schön, dass sie da sind, wie kann ich ihnen helfen und es auch so meint. Ein A-Mitarbeiter ist jemand, der auch mal Überstunden macht und gar kein Problem damit hat, weil es für ihn selbstverständlich ist, auch mal die Extrameile zu gehen. Und es ist jemand, der auch die anderen Leute mitzieht und motiviert und wirklich dazu führt, dass wortwörtlich die Kase gezogen wird und zwar im Notfall auch aus dem Dreck. Das macht einen A-Mitarbeiter tatsächlich aus. Was macht einen sogenannten B-Mitarbeiter jetzt aus? Ein B-Mitarbeiter ist jemand, der seinen Job macht. Er macht ihn auch gut, aber er macht ihn jetzt nicht crazy gut. Also er macht das, was man ihm sagt und er macht das auch okay, er macht das ordentlich, aber er geht jetzt nicht die Extrameile. Das ist eine Person, die würde man in Amerika ein 9-to-5er bezeichnen, also jemand, der um 9 Uhr kommt und um 5 Uhr geht. Überstunden macht diese Person nicht wirklich gerne. Sie macht zwar ihren Job und auch in Ordnung, aber eben nicht jetzt wirklich mit der Extrameile. Heißt, du brauchst auch B-Mitarbeiter in deinem Unternehmen, die eben ihren Job tun, aber diese Person wird für dich die Kase nicht aus dem Dreck ziehen. Das ist ein sogenannter B-Mitarbeiter. Was ist jetzt ein sogenannter C-Mitarbeiter? Ein C-Mitarbeiter ist in der Regel ziemlich schlecht gelaunt. Das ist eine Person, die grießgrämig ist, die emotional die anderen Leute auch runterzieht, die ihre Arbeit nur als etwas sieht, wo sie sagt, okay, ich tausche ja einfach nur Zeit gegen Geld. Das ist auch eine Person, die sogar Fehler einkalkuliert und sagt, na und? Dann ist es halt mal so. Dann rutscht der eine Kunde halt mal nach hinten oder dann passiert halt mal ein Fehler oder dann verlieren wir mal einen Auftrag. Das ist doch ganz normal. Das ist auch eine Person, die bei Erneuerung erstmal grundsätzlich dagegen ist. Das ist auch eine Person, die wirklich gegen den Chef und auch gegen Kollegen schlecht spricht, also auch hinter dem Rücken von Leuten schlecht spricht und die wirklich auch toxische Auswirkungen hat auf das gesamte Team und damit auch auf deine Company und deine Firma. Wie erkennst du jetzt einen A-, B- und C-Mitarbeiter? Ich glaube, es ist glasklar, dass deine Company, dein Unternehmen nur dann wirklich blüht, wenn du viele A-Mitarbeiter hast. Du solltest also auch immer schauen, dass du möglichst viele Leute hast, die wirklich High-Performer sind, die den Karten wirklich ziehen. Natürlich kann es sein, dass da ab und zu auch mal ein B-Mitarbeiter dabei ist. Alles okay, ganz normal und die brauchst du auch. Nur die C-Mitarbeiter sind die Leute, bei denen du wirklich aufpassen musst und die im Grunde genommen erst gar nicht in dein Unternehmen kommen dürfen, weil sie ansonsten alle runterziehen. Woran erkennen wir denn jetzt, wer jetzt ein A-Mitarbeiter, ein B-Mitarbeiter oder ein C-Mitarbeiter ist und wann erkenne ich, ob ein Mitarbeiter das Problem ist oder ob ich als Führungskraft vielleicht auch mal das Problem bin? Denn Hand aufs Herz, es kann auch mal sein, dass nicht die Mitarbeiter gerade das Problem sind, sondern dass du als Chef das Problem bist. Das gilt es jetzt herauszufinden. Hier ein kleiner Trick, also wie du ein A-, ein B- und einen sogenannten C-Mitarbeiter erkennen kannst. Ein A-Mitarbeiter, ein sogenannter High-Performer, würde immer über Ideen sprechen. Das ist jemand, der versucht, Lösungen zu finden. Das ist jemand, der sagt, hey, okay, wir könnten folgendes probieren, um damit einen Schritt weiterzukommen. Ein B-Mitarbeiter spricht eher über Vorgänge, guckt sich also eher den Workflow an oder guckt sich sowas an wie, ja, okay, und was machen wir da jetzt ganz genau? Und ein C-Mitarbeiter würde immer nur über einen anderen Menschen sprechen. Der würde sagen, ja, aber das geht nicht, weil die Hilde dabei ist. Ja, und der Tom ist irgendwie auch doof. Und ich weiß noch nicht, ob der Vorstand mitmacht. Das ist so ein Mitarbeiter, der spricht erstmal dagegen und nimmt Menschen als Grund, warum irgendwas nicht funktioniert. Der B-Mitarbeiter würde über Prozesse sprechen, über Vorgänge, über Abläufe. Der will dann einfach verstehen, wie das gemacht wird. Und der A-Mitarbeiter ist jemand, der erstmal versucht, ein Problem zu lösen, der also aktiv eine Idee reinbringt in einem Meeting. Wenn du also in einem Meeting sitzt und mal ganz genau beobachtest, was wer sagt. Angenommen, du kommst als Chef rein und du bringst eine neue Idee oder ein grundsätzlich neues Konzept rein, sagst, hey, wir ändern jetzt die Strategie oder das Ziel. Wir wollen jetzt x, y und z erreichen. Was sagt ihr dazu? Ein A-Mitarbeiter würde sagen, geil, ich glaube, wir können das erreichen, indem wir das und das machen. Ich glaube, die und die Strategie könnte helfen oder das und das könnte helfen, wirklich dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Ein B-Mitarbeiter würde sagen, ja, okay, kann ja sein, aber wie genau machen wir das dann in dem und dem Prozess? Würden wir das eher so machen oder eher so machen? Würden wir eher den Kanal nutzen oder eher den Kanal? Eher den Prozess oder eher den Prozess? Eher den Anbieter oder eher den Anbieter? Das ist ein B-Mitarbeiter. Und ein C-Mitarbeiter würde sagen, das funktioniert sowieso nicht. Ja, immer wenn wir das Neues ausprobieren, dann geht das irgendwie schief. Und ich weiß auch nicht, ob der Tom dann damit macht und ich weiß auch nicht, ob die Lisa damit macht. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt so viele Erneuerungen schon gemacht. Du siehst, das ist also die Person, die erstmal nur Probleme sieht in einem Wald voller Lösungen. Du siehst also das Ziel hinter der ABC Analyse, hinter dieser Methode ist, erstmal herauszufinden, wer in der Company ist hinter der Idee? Welcher Mitarbeiter zieht wirklich an? Wer sorgt dafür, dass die Unternehmensziele erreicht werden? Wer macht einfach mit? Und wer ist eher hinderlich bis zerstörend für das Unternehmen selbst? Und genau deswegen gibt es diese Kategorisierung in diese drei Mitarbeiter. A ist derjenige, der dein Unternehmensziel voranbringt. B ist derjenige, der dein Unternehmensziel mitmacht, also auch mit umsetzt. Und C ist derjenige, der tatsächlich dafür Sorge trägt, dass das Ganze scheitern kann. Du musst also auch klar sein, wenn du erstmal nicht weißt, was du in deinem Unternehmen hast. Step 1 finde heraus, welche Mitarbeiter du hast. Ziel Nummer 1 ist also erstmal herauszufinden, okay, ich gucke mir mal mein Team an und mit den Insights mit der Hilfe von der Laura kann ich jetzt kategorisieren, ja, zumindest ungefähr weißt du das jetzt, wer von meinen Leuten ist ein A-Player, wer ist ein B-Player und wer ist ein C-Player. Und wenn du die Kategorie hast, dann weißt du ja auch, aus was besteht dein Unternehmen. Und gibt es gerade Leute in deiner Company, die deine Company eher gefährden? Alarmstufe rot. Dann musst du dafür Sorge tragen, sagen, dass sich was ändert. Und ich wette mit dir, wenn du Führungsdraft bist und du hast mehr als fünf oder sieben Leute in deinem Team, hast du mindestens eine Person, bei der du denkst, Mist, ist das vielleicht ein C-Player? Und wenn ja, wie gehe ich damit um? Erstmal herausfinden, welche du hast. Wenn du das analysiert hast, Punkt Nummer zwei, musst du tatsächlich Sorge tragen, dass du die C-Player erst gar nicht in deinem Unternehmen hast oder dass du sie loswirst. Wie du das genau machst, so etwas erklären wir dann auch in unserem Coaching, weil dein Ziel sollte grundsätzlich sein, möglichst viele A-Player zu haben, um, und hier kommt der dritte Punkt, auch möglichst viele A-Player nochmal anzuziehen. Überleg doch mal ganz kurz, wenn da ein A-Player herumläuft, auf dem Markt, und der überlegt sich, wo arbeite ich, und der schaut sich dein Unternehmen an und lernt das Team kurz kennen und checkt, wie die ticken. Ein A-Player möchte bei A-Playern arbeiten. Also wirklich, jemand, der krass performt, hat gar keinen Bock, in ein Team sein zu gehen, wo er sich denkt, alles klar, hier sitzen nur Schluffis, nein danke. Das machen die nicht. Die haben ja keine Lust zu. Die haben keine Lust zu, den Coaching komplett allein aus dem Deck zu ziehen, sondern die haben Bock, auch mit anderen High-Performern wirklich was Geiles zu reißen. Das heißt, wenn du die guten Leute aus dem Markt holen möchtest, musst du erstmal dafür Sorge tragen, dass in deinem Team nicht eine Vollkatastrophe ist. Wenn die Hälfte aus deinem Team C-Player sind, dann sollten ganz viele Red-Flags jetzt hier auftauchen, die dir sagen, unglaublich, du musst unglaublich schnell was ändern. Jetzt sofort, weil so funktioniert das nicht. Also erstmal analysieren, dann die Situation ändern, und wenn du möglichst viele A-Player und ein paar Play-Player hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch super hoch, dass sich die A-Player, die im Markt herumlaufen, dann auch bei dir und deinem Unternehmen bewerben. Weil glaub mir, denen macht es einen heilen Spaß, in dein Unternehmen reinzukommen, wenn sie sehen, da sind ultra viele Leute, die haben Bock, die ziehen an, die sind motiviert, die machen etwas, die erreichen Ergebnisse, die reißen was, die sind lösungsorientiert. Darauf hat ein High-Performer Bock. Darauf hat ein A-Player Bock. Und dieses Umfeld solltest du schaffen. Und ja, es ist dein Job als Führungskraft und Unternehmer, als Chef wirklich dafür zu sorgen, dass du ein Team voller A-Player hast. Nicht nur, verstehe mich nicht falsch, nur A-Player zu haben, kann auch anstrengend sein, deswegen sage ich auch nicht 100%, nur A-Player haben, aber die meisten sollten wirklich Zugpferde sein, die was reißen. Falls du dir schon mal angeguckt hast, wie ein Konzern arbeitet, Hand aufs Herz. Ja, ein Konzern schafft es, dass von zehn Leuten zwei A-Player dabei sind, fünf sind sogenannte B-Player und der Rest ist irgendwie C-Player. Und trotzdem funktioniert der Konzern. Aber ganz ehrlich, er funktioniert auch nur aufgrund der A-Player. Wenn du kein Konzern bist, sondern du bist ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, dann hast du nicht den Luxus, dir so viele C-Player zu erlauben. Du kannst es gar nicht dir leisten, dass da jemand sitzt, wo du dir denkst, ist das jetzt ein Mitarbeiter oder atmet der nur? Ist das wie so eine Büropflanze? Was macht der eigentlich? In einem Konzern? Kein Problem, du hast genug Leute, die das ausgleichen. Kleines mittelständisches Unternehmen? Don't do it, you will have a big problem. Damit du also erst gar nicht da rein trutscht, damit du also schnell erkennst, was für Mitarbeiter du in deinem Unternehmen hast, wie du sie noch schneller kategorisieren kannst, wie du auch die schlechten Mitarbeiter ordentlich loswirst, also wie du die reduzierst in deinem Unternehmen, wie du die Anzahl an A-Playern massiv erhöhst und dadurch auch neue A-Player anziehst, das sind unter anderem Dinge, die du bei uns im Coaching kennenlernst. Wir geben dir einen Blueprint mit, zeigen dir, wie du das genau schaffen kannst, damit eben auch die richtig guten Leute im Markt Bock haben, bei dir zu arbeiten. Denn glaub mir, du hast keine Lust beim Fachkräftemangel, um die besten Leute dich zu prügeln. Du hast Lust, dass die besten Leute bei dir klopfen und sagen, ich würde gerne bei dir arbeiten, hast du noch eine Stelle frei. Das ist eigentlich ein Luxus, den du gerne hättest, oder nicht? Wenn du lernen möchtest, wie das geht, melde dich sehr, sehr gerne an, jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. Geh dafür auf www.die-münchener-psychologin.de und trag dich ein für deinen kostenlosen Ersttermin. Dann finden wir gemeinsam heraus, okay, wo stehst du, wie viele Mitarbeiter hast du gerade, was ist deine größte Hürde und dann zeige ich dir auch, okay, wie kriegst du es tatsächlich hin, von einer Gruppe voller gemischten Playern zu einer Gruppe voller High-Performer zu kommen. Denn am Ende des Tages wird das den Unternehmenserfolg wirklich ausmachen. Nicht nur du alleine, sondern wie gut dein Team ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal. Schau dir gerne auch die anderen Insights an und spätestens nach dem dritten oder vierten Video wirst du dich sowieso melden, deswegen klicke jetzt direkt auf Erstgespräch buchen. Dafür gehst du wie gesagt einfach auf www.die-münchener-psychologin.de sag dich einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir beide quatschen darüber, was eigentlich deine Umsatzziele sind, was deine unternehmerischen Ziele sind und welche Player du eigentlich gerne in deinem Team hättest. Und ich bin mir sicher, du hast Lust auf die Besten der Besten. Wenn das der Fall ist, lass uns quatschen und lass uns gucken, wie wir dieses Team für dich zusammenstellen. Denn glaub mir, du alleine als Unternehmer kriegst es niemals so weit hin, wie mit dem sichtigen Team, das bei dir wirklich anzieht. Viel Spaß also bei der Anwendung der ABC-Analyse und noch mehr Spaß dabei, das dann tatsächlich gemeinsam mit uns umzusetzen. Deine Laura.